Was war das für ein Geräusch? 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 Sexy and sassy. Like me, right? Well, duh. Maybe Rachel would have fought over both of us. You wish. Then again, maybe. You're a photographer and she wanted to be a model. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Mustard us, Daniel. Jesus. Now I am glad Chloe took that money. This guy is serious and scary. Ja. Der sieht gerade irgendwie aus wie... Ah, wie hieß dieser Kerl nochmal? Alf? Oder so? War das nicht was? Ach, egal. Ich hab mal wieder Gedankengänge. Ich bin glücklich, dass David mich nicht bustet, weil es mein Paar war. Chloe ist so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Ich hab übrigens inzwischen gelernt, ich warte immer, bis ich das nächste anklicke, bis Max ausgeredet hat. Oh, at least we haven't been identified. Oh, okay. Incident. Police and fire departments responded to a break-in and vandalism on the Blackwell Academy campus around 1.30 a.m. Police have not stated if they have any suspects yet. Incident. Police arrested a nude man with a sword at Up All Night Donuts of Peckinpah Road at approximately 8.52 p.m. The unidentified man was charged... The unidentified man was charged with being under the influence of energy drinks and methamphetamines. Methamphetamines. So rum. Meth. He's being held without bail pending for their investigation. Okay. I have to go. Especially since Kate's parents aren't going to bury her here. Mmh. Zu dem Gottesdienst müssen wir auf jeden Fall. Nein, die Musik ist aus. Mmh. Mmh. Das war Pianofire. Das ist jetzt zu krass. Ich glaub, Bright Eyes war nice. Nein, das hatten wir grad eben. Oh. Ich meinte das andere Lied. Es tut mir leid. Wow, Sir. Das war mein 10. Geburtstag. Ich wusste nicht, dass Chloe das alles hat. Die sehen gleich noch jünger aus. Which one? Das Fakt, dass sie das Fotos neben Rachel ist so touchy. Ähm, warte mal. Geht's hier raus? Wir wollen doch nicht raus. Yes, I might go to hell for this, but if it saves Chloe, we'll pay it back. Somehow. Wow. I remember this old phone. We decorated it together. Das ist ja richtig alt. Man, if I had stayed hidden, David wouldn't be targeting me. Ja, aber Chloe wäre irgendwie... I don't think I'll be mashing today. Äh, ja, so. Hier, Klamotten. Time to put on your daily armor. Ich wollte sie eigentlich anziehen und nicht angucken. Äh, still weak, like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion room. Das kann ja nur gut werden. I don't think I'll be mashing today. Okay. Vielleicht hättest du ja... Aber dann machen wir's so. Okay. Time for some Chloe cosplay. Hey, there you go! Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. Is Rachel so klein gewesen? You can always rewind back to your chlorine brand T-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes. Just to see if they fit. Stop second guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances. Whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. That's interesting. Why not? You're a hard one, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh, man. That was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Oh, man. Where is she hin? Ach so, she liegt wieder. You better not rewind and take that kiss back. You know I'm hotter than those Seattle art holes, right? Sie will es. Insofern. Ach, ist mir doch grad egal. Ich weiß nicht. Heute in dieser, in dieser Episode hab ich grad irgendwie so ne Scheiß drauf Attitüde. Sieht echt nicht schlecht aus. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Musik an. Und zwar, ich will immer nur nicht ganz laut werden. Auch wenn's wahrscheinlich gut zum Wachwerden würde, wäre. Wie so depressiv. Ach, komm, wurscht. Raus mit uns. Oh, mein Gott. Das riecht so großartig. Es ist wie, wenn wir Kinder hier waren. Nein, never mind. Wir haben wieder richtig viel zu lesen. Naja, es geht sogar. Okay, wie auch immer. Talk about being in the Sancto Sanctorum, thanks Latin class, I barely passed, of Blackwell. I did feel freaking weird about being in the principal's office after midnight, going through his files and laptop with Chloe. She was way into it. Technically, we could be arrested and thrown in jail. Yikes. I just prepared that we were on a very special episode of The Wizards of Waverly Place. You know, just a couple of wacky Sherlock's investigating the school for a good cause. Yeah, that helped. While we didn't find the proof, we found Nathan's file had a weird drawing in that it just said Rachel in the dark room over and over. So that's a major clue that Nathan is involved in this somehow. Or he's just insane. But his note also referenced David M., which means that we absolutely have to find a way into David's secret bunker files for a good cause. But Chloe just can't help herself, and she actually took five grand in cashmarked handicapped fund. Cause that's gotta be legit, am I right? I can't think of a faster route to Karmahel, but it would clear Chloe's debt to Frank. I'll find a way to make it up to the fund. After all, saving a life is priority. As is my habit with Chloe. No matter what, our fates seem bound together. For better or for worse. Usually worse. Despite all the usual breaking and blowing up office hijinks, Chloe decided what we needed more than anything was to take a night swim in the others' dare. It was so giddy and rebellious that I was like, Oh yes, we shall swim. We didn't completely skinny dip, Achso. We didn't completely skinny dip, but close enough to get in big trouble, no matter what. I don't know why we were so careless after being so careful. I love that Chloe brings out the Just don't give a fuck side of me. Yep, irgendwie merk ich das grad auch so ein bisschen auf mich abwärmt. Um, even if that hasn't always served her well. She deserved a moment of not giving a shit. Me too. Just two friends goofing around in the pool. I fear those youthful shenanigans might soon be a thing of our past. God, I'm starting to sound like one of the teachers at Blackwell. Chloe and I had a nice chat about our life since I left. We talked about dumb boys and girls and why they're trouble, especially for me. I feel like a groupie when I talk to Chloe about our life experience. She has me so beat. I take pictures. She takes action. Speaking of action, we had to seriously bounce when security showed up. Duh. How quiet could we be in the swimming pool? Plus, after leaving a trail of our Blackwell handiwork, it was so intense and exciting to get past the security guards. They had serious spotlight power, so it wasn't exactly easy to stealth our way past, especially as we had to bail in Chloe's junker. But, like I said, intense and exciting. Hella like Chloe a price. Und was fangen wir für Nachrichten? Nicht gut. Miss Caulfield, I wanted to thank you so much for your actions with my daughter Kate. Oh, das ist von ihrem Vater. You showed true grace and bravery when you went up to that roof with her. You must know you did all that was possible, and that Kate's life was never in your hands, or even hers at that point. Kate has left us for another world, but she'll always be with us, and I know she wants you to have a long, dynamic, blessed life. Our family will forever include you in our prayers. Peace and joy, Richard March. Peace and joy, Richard March. Das ist eine schöne Nachricht. Wir hatten doch noch mehr. Ich bin mir ziemlich sicher. Oh, warte da. Glad to see you didn't blow up Blackwell last night. Almost glad. By the way, the drive-in is actually popula- By the way, the drive-in is actually popular, so I'm buying the ticks right now. I let you take care of the popcorn. In other words, you can't back out now. Check out Mad Max. Ready to fucking thrash. I'm so hardcore. Jetzt ist sie echt mad, Max. Ich habe noch nicht durch eine Dive-in-me-Hair-blue-Face yet. Vielleicht ist es Zeit. Nee, Max. Irgendwo reicht es auch. Ich fühle mich so gut, dass ich mein Gesicht nach all dieser Chlorine wäsche. Und die Hälfte. Ah ja, nimm doch einfach fremde Zahnbürsten und putz dir die Zähne. Was ironisch ist, vor dem Frühstück. Na gut, Zähneputzen kann man das ja wohl kaum nutzen. Äh, nennen. Ich weiß nicht, ob ich das noch benutzen wollen würde. So, generell. Nobody in this town has a fucking clue as to what's happening. Do they? Hm, ja, wir sollten mehr nicht rein. I'd better not go in there. David might be in bed. Naja, Notfalls. Notfalls kann man ja immer noch zurück. Schwuppsdiwupps, ne? Oh. streicheln die die Küche, oder? Ja gut, die kennen wir ja alle schon. Sind immer noch schöne Fotos. Nein, keine Lust, das zu lesen. Wir sagen mal, hallo. Good morning, Joyce. Rachel, ah, ich meine Max. Oh, du hast mich bemerkt. Du hast diese Klochen gut. Danke Gott, du bist nicht ein hellraiser wie sie oder Chloe. Jetzt sag mir genau, was du auf den Kuchen willst. Hm. Ah, Mist, was haben wir mal? Ich hab Bock auf Pfannkuchen. Ich sterbe für ein paar von deinen übrigen Pancakes. Ich dachte, du würdest die missbrauchen. Ah, du hast mehr als William und er liebt sie. Ich erinnere mich. Wir würden uns erlangen, um sie aus einem Stack zu holen. Also, diese Zeit kannst du mir mit den Ingedienungen helfen. Ich brauche, mir die Ecken und Milch zu holen. Ecken und Milch? Kein Problem. Hm. Oh, das wird Alex freuen. Ich wurde gerade für die Beta von Dirty Bomb zugelassen. dass sie immer das gleiche Refrigerator haben. Ich hab zwar nicht wirklich vor, das Spiel zu spielen, aber vielleicht überrascht es mich ja. Wer weiß. Ich würde eher sagen, das steht noch darum. Von gestern. Das war sicher worth eine schöne exploitive Headline. Die Independent. Flash, Snow und Freak Eclipse. Apocalypse soon. Question mark. Ich erwartet, dass der Skye riecht wird. Ein bisschen frische Luft. Stimmt. Mal gespannt, was am Ende dieser Episode als Wetterphänomen passiert. Hey, hey, you. Bird, be gone. Fly, you fool. Du. Machst nur Probleme. Himmel. Gut ist. Ich bezweifle zwar, dass wir draußen Eier finden, aber... ist das der, der gegen die, die, die Scheibe geflogen ist? Warte, war das noch einer? Warte, wie, wie, bitte? Macht David Schießübungen? Oder klatschen die alle gegen die Scheibe? Das kann ich wohl nicht glauben. Ich erinnere, wenn Chloe und mich in den Schwingen aber auf einem anderen Level wohl. Das ist ein wunderschönes Bild gerade. Das merke ich mir.